einen guten morgen und ja herzlich willkommen hier zum letzten tag vom codebase camp für mich geht es gleich los heute mache ich die website fertig es gibt noch eine abschluss präsentation wo wir einfach unsere website zeigen die wir jetzt gebaut haben und mehr weiß ich noch nicht ich hoffe euch gefällt der blog mal wieder wenn ja lasst auf jeden fall daumen da haut auf die glocke beziehungsweise auf den abonnierbutton und auf die glocke dann und ich würde sagen los geht der tag so 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 ist jetzt vorbei ihr habt den abschluss noch nicht gesehen aber der kommt jetzt gleich je nach ich muss sagen als fazit das codebase camp hat mal sehr gut gefallen ich habe viel gelernt wir haben auch eine coole website gemacht der hugo.com könnt da reinschauen da steht alles drin über das esk da kommt dann auch beim blog wo ich wöchentlich updates post deswegen kam jetzt auch die woche ein bisschen weniger vom codebase camp eben weil ich diesen blog nicht veröffentlichen wollte damit ihr seht jetzt fertig fast fertig ist es werden nachher noch ein paar kleine feinheiten gemacht hier und da wird hat noch ein text eingefügt aber das war es dann auch und ja das soll ich sagen den blog haben jetzt noch gemacht gehabt wir haben sehr spaß gehabt also fuchs sabrina und thomas war einfach wirklich cool es war voll lässig mit denen und ich freue mich auf nächstes jahr da werde ich mich wieder bewerben weil ich kann ja durchs ausland ja bedingt nur modul 1 machen und nicht 234 und ich habe schon mit dem gesprochen das sei okay wenn ich nächstes wieder mitmachen könne ich müsse mich halt dann nur melden und dann schaut man noch mal drüber nach über nach beste deutsch dann schaut man noch mal drüber und das sollte aber eigentlich gehen ich hoffe da ich hoffe natürlich drauf ich freue mich drauf und ich würde sagen jetzt kommt noch der abschluss und wir sehen uns im nächsten blog und tschüss leute ich möchte noch mal kurz die mentoren vorstelle da haben wir jetzt ablena rossmann thomas kassier roller mit einem s anstatt 2 ich mache es gleich mal einfach 3s und 5s und wie wir sind auch bekannt als the good, the bad and the ugly das war wir hier